Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu CSGO Wingman, wie versprochen mit dem Ferb im Team. Äh, deck du da links mal den Gang, ich mach hier rechts. Alles klaro, kein Thema. Wären eh rushen, schätz ich mal. Ja, bei mir, Bombe down. Nice Fabi, gut gespielt. Ey, krass, kaum ist Fabi bei mir im Team Rocks. Da, da läuft's einfach, weißt du? Das ist das Flair, das ist die Auge. Also MP kaufen, diesmal mach ich den linken Gang, mach du mal den rechten, aber nicht zu offensiv, weil die werden auf jeden Fall entgegen rushen. Schätz ich mal. Ja, bei mir. Und er hat noch 50, On-Spot. Nice. Sehr schön. Nice. Schätze, die wir da kaufen sind, gehen diesmal defensiver vor, oder sie rushen nochmal. Ich würd nochmal die gleiche Strategie wie bei dir machen. Ja, ja, ich auch. Bei mir wieder. Bei mir eine Flash? Äh, Rampi, jaja, Rampi hat nicht mehr viel, die sind On-Spot, 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 On-Spot. Hä? Alter, das ging viel zu schnell. Ja, ich hab doch gesagt, die sind durchgerusht. Als du tot bist, hab ich erst so ein paar Sekunden später registriert. Ja doch, ich hab ja, ach egal. Okay. Äh, ja, nicht kaufen, nicht kaufen. Okay. Wir rushen gemeinsam hier rechts lang. Alles klar. Mit Pistols, ja? Ja, ja, ja. Alles klar. Ja, die gehen raus. Sind schon durch. Ah, scheiße. Nicht getroffen. Sind schon durch. On-Spot. On-Spot. Ja, gut. Mit der Pistols gegen die zwei hab ich da wenig Chance. Ja, ja, aber du hättest jetzt noch die Chance, weil die jetzt noch am abchecken waren, weißt du? Und dass du auch von hinten kommst, hätten sie nicht gedacht. So, egal. Jetzt nochmal MP. Okay. Mal gucken. Dürft diesmal eine Brand entgegen. Dürft mal hier. Bei mir. Beide. Beide. Bei mir. Ja, bleib defensiv. Ab ein. Beide auf. Ja. Seit wann werden eigentlich die Granaten gedroppt? Das war doch nicht immer so, oder? Doch, doch, doch. Echt? Dann nimmst du auf, klar. Okay. Aber genau so weitermachen und ruhig dann defensiver gehen, damit wir als CT immer das Kreuzfeuer vorhassen können. Ja, ja. Ich würde nochmal davor gehen. Ich glaube Haus. Aber die sind schleichend. Nee, Mitte. Mitte ist Kunde. Hat sich selbst geflasht. Bei mir ist nix auf jeden Fall. Ja, ich bin im Haus. Vorsicht. Mitte nicht gedeckt. Bomber down. Mitte, 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 Mitte. Ja, nice. Gut. Okay, wichtig. Okay. Soll ich mal da machen, also Mitte und du machst rechts? Ja, können wir mal gucken, ja. Ja, nachdem können wir auch mal beide On-Spot oder so. Da müssen wir mal gucken, wie's grad halt passt. Aber ich kann mal gucken. Geht du schon durch? Bei mir. Martin hat gut geschluckt. Martin hat gut geschluckt. Ich dachte, der läuft weiter. Hast du gesehen, wie ich noch weiter schon geahmt hab? Ja, ja. Und dann muss ich wieder zurück, weil da stehen wir, wie wir sind. Boah, da hat er ganz gut noch gehittet, ey. Ja, ja. Das war schon richtig, mich zu flashen und dann direkt durch. Also ich war auch noch gut blind. Ähm. Können wir gern nochmal so machen. Ja, alles klar. Ja, das ging schnell. Ähm, wir rushen durch die Mitte, laufen aber links. Ja. Ja. Okay. Also nicht direkt On-Spot da rechts am Haus, sondern links quasi. Ja, okay. Auch direkt durch, ähm, ne, weil die werden auch entgegen rushen, je nachdem. Ja. Einfach durch, dass wir ja quasi nicht da am Kreuzfeuer versauern. Ja. Ja, ist zurückgekommen. Einer darfst links oben, glaub ich. Pedge hat bekommen. Ja. Nice. Ja, wichtig. Nochmal? Gleiche? Äh, MP... Ne, wir gehen diesmal durchs Haus. Ja. Rechts lang. Geh du rechts, also komplett durch und hoch. Ja. Ich geh über den Balkon. Oh, wenn ich's schaffe. Oh, ich bin zu fett. Ja, die campen sich da hinten ab. Okay. Können sie gern machen. Ich komme. Auch unten, weißt du schon? Ne, ne, unten. Okay. Einer hab ich. Andere, keine Ahnung. Ich werf mal Flash. Ne, ich hab keine Flash mehr. Weißt du wo? Ne, ne. War grad wegen Free Fire. Ganz hinten, ganz hinten in der Ecke rechts, glaub ich. Kannst du markieren? Ah, da. Ja, da hinten, also hinten in der Ecke rechts, ganz rechts. Und? Ah, da. Oh, no, nein. Ja, geh vor, geh vor, geh vor. Hol ihn dir. Ja. Nice. Oh, ich dachte ganz... Ja, egal. Also ganz in, äh, ja. Ja, 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 egal. Ich dachte erst, ist egal. Äh, wir rushen rechts jetzt. Mitte und dann rechts. Ja. Oh, go, go, go. Ah. Oh. One spot. Nice. Richtig. Yes. Puh. Nice, nice, nice. Sehr gut. Meist eine Runde überlebt zwei, das heißt aber, ist aber schon mal, zeigt schon mal, wie krass wir uns gegenseitig die ganze Zeit wegnehmen in der Runde. Äh. Nur zwei. Äh. Das ist schon heftig. Für uns spitzen wir jetzt schon, ja. Wenn wir denkbar vorher Runden hatten mit, ja, 8-1 und... Ja. Wir rüber. Äh, wir bleiben Tee. Ähm... Wir... Links, oder? Rushen... Ja, wir probieren's nochmal, komm. Ja. Never change your winning Taktik, bla bla. Richtig. Geh zurück. Die kam zu früh. Ja, ist unten im Eck. Ist weg. Hinten im Eck schon. Ja. Leg die Bombe, leg die Bombe, leg die Bombe, leg die Bombe! Ach, Fabi. Achso, wegen, wegen Geld. Nein! Wenn du die... Er ist doch in der Defensive Position, wir sind in der Offensive. Du legst die Bombe, er muss kommen, wir können aus der Defensive ihn wegsnacken. Achso. Aber ich hab gedacht... Wenn du jetzt gestorben wärst, hätte ich echten Schwierigkeiten gehabt, weil er hätte dann easy noch die Bombe abdecken müssen und dann wär kacke gewesen. Okay. Immer da ein bisschen dran denken. Halt die Backen, ey. Er kommt rechts. Ist schon da. Oh! Sag doch was! Egal, hast du ihn. Perfekt. Hast du ihn gehört oder nicht? Ich bin um die Ecke und dann hab ich ihn gesehen direkt. Naja, weil er mich halt zuerst getötet hat, ne? Also... Puh! Ich nehm nochmal MP. Okay, ich werf mal ne Monotov entgegen. Ja. Wir gehen zurück. Wir gehen übers Haus. Wir haben noch eine Granate geschmissen. Könnte Onspot sein wieder. Weiß nicht wo. Onspot einen auf jeden Fall und unten. Weiß. Habe ich einen? Yes! Alter, das war lucky. 5 HP noch, ey. Das war lucky. Das war schön. Okay, wir versuchen mal durch zu rushen links. Versuch auch direkt ne Flash zu werfen über die Haus-Ecke. Wieder die Brand. Kannst vergessen. Zurück, zurück, zurück. Über Haus. Ich geh über Haus. Ne, ne, warte, warte, warte. Wir gehen da trotzdem, hätte ich gesagt. Langsam schleichen. Ja. Oh Gott. Die Distanz ist die überhaupt nix, ne? Ja. Oh Gott. Die Distanz ist die überhaupt nix, ne? Ja. Ich dachte, er ist aber am Treppenaufgang. Also ich wusste schon, dass er da ist, aber ich... ...dachte nicht, dass er durchgelaufen ist. Fuck, ich hätt ne Flash werfen sollen. Wäre nur mal sicher gewesen. Na egal. Ist jetzt halt so. Jaja, okay. Links. Komm zu dir. Wirf ne Flash, Vorsicht. Keine Ahnung wo. Na mal ne Flash, Vorsicht. Ja. Leck mich mal rechts. Ist da rechts nix, ey. Ja. Ne, ist hinten. Im Haus. Ich leg die Bombe. Sehen, sehen, sehen. Bleib defensiv, bleib defensiv. Hab ich ein bissel erwischt. Warum blockierst du mich jetzt? Oh sorry. So was krieg ich. Krise. Ja sorry, das war mein... Oh Fabi ey, warum? Bleib doch defensiv. Wir haben die Bombe gelegt. Nochmal. Wenn wir die Bombe gelegt haben, dann können wir defensiv bleiben. Offensiv gehen ist das dümmste, was du machen kannst, wenn du... Ne, ne, ich wollte ja nur auf das Plateau rennen, aber... Ja, aber warum? Da ist ja keine Deckung. Bleib doch hinten, wo du die Deckung hast. Ah, deswegen wollte ich da ja Runde... Ach, ist egal. Ist jetzt halt passiert. Ist halt ne... Also die Runde hatten wir halt sicher gewonnen eigentlich. Ja, die hatten wir auf jeden Fall sicher. Weil CS ist nicht... Also Rushen ist nur ganz am Anfang geil. Später ist es nicht nötig. Hinten, Gang. Komm, 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 komm. All die Backen, ey. Wie bleib ich denn jetzt gezogen? Nix. Du warst alles daneben geschossen. Das ist unten in der Ecke oder... Ein kleiner Tipp von meiner Seite. Wenn wir Rushen und du siehst, dass ich schieße und da jemand ist, dann lauf hinter mir rum, dass du nicht mehr ins Schutzfeld läufst, aber dann schieß mit drauf. Weil du hast jetzt einfach hinter der Ecke gewartet, so nach dem Motto, oh ja, der Raider macht das schon. Ich war zu weit weg. Ey, du warst genau neben mir. Ich hab das doch gesehen. Du hättest einfach nur mit durchlaufen müssen. Um... Fabi, ne? Also du musst schon auch, weil wenn er auf zwei Ziele schießen muss, beziehungsweise wenn zwei Ziele auf ihn schießen, wir sparen. Ähm, ne? Deswegen. Also das als Tipp. Also dann versuch, klar, nicht vor mich rennen, das ist richtig, aber dann geh einfach hinter mich und dann haben wir zwei Ziele, die schießen. Beide Seiten. Ja. Keine Chance. Ja. Leider schon der Wechsel. Also das waren jetzt halt zwei Runden, die wir einfach hergeschenkt haben aus Dummheit. Muss ich leider so sagen. Wie gesagt, rushen werden wir am Anfang, aber dann später taktisch ruhig spielen. Ich bleib, äh, rechts. Jo. Mach ich links. Die werden eh wieder rushen. Aber wir sind gleich Kreuzfeuer auch, ne? Also sobald du was hörst, direkt mit. Ja. Okay, die gehen in Haus. Die gehen in Haus. Weiter, ich komm ich zu dir. Hab ich einen. Den anderen. Der andere ist auch da oben. Komm von unten. Komm von unten. Ah, ich muss nachladen. Oben, oben. Balkon. Nice. Wichtig. 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 Sorry, dass ich da immer so pingelig bin. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie du meinst. Meine Art ist ein bisschen halt forsch. Ich weiß es. Ich mach jetzt mal rechts. Ich kenn dich jetzt schon eine Weile, weißt du. Ja, ja, ja. Aber auch die Zuschauer, ne? Das ist einfach schon so auch als Tipp gemeint. Okay, Mitte könnte sein, war gesmoked. Mitte und Haus musst du leider ein bisschen denken. Den ganz hinten rechts in den... Ja, mach ich. Ja, Mitte. Mitte. Wo ist er? Bei mir. Ab ihn. Nice. Nice, nice, nice. Ich bin die ganze Zeit in ihrer Smoke gesessen. Und hab einfach gewartet, bis sie weg ist. Und dann standen sie beide da, ey. Geil. Oh, warte. Äh, ich mach nochmal rechts. Okay, dann mach ich. Mach mir noch eine Granate. An einem vorbeilaufen. Bei mir. Beide? Einer zumindest mal. Dann hörst du auf. Komme, komme. Vorsicht, Granate kommt. Der ist in der Mitte noch. Ich muss nachladen. Ja. Zieh es zurück. Ja. Bleib. Bleib hinter der Ecke. Bleib hinter der Ecke. Kommt hin zum Gang. Ja. Ich hab's zu spät gehört. Er hat nur noch 10. Streifschuss. Hier hinten. Ja. Könnt jetzt aber auch wieder von der anderen Seite kommen, ne? Der hat lange Zeit. Geh in die hinteren. Genau, geh in die Ecke hier. Da ist er. Da war er. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Er hat dich aber auch nicht gesehen zum Glück, ey. Okay. Uh. Ich hab grad noch einen Step gehört und dann hat er mir aber schon leider gedrückt gehabt. Ah, ich glaub ich ne mal. Okay, ich ne mal hier ne Brand. Hab ich auch ne Brand? Oh, ich bin so blöd. Haus. Okay. Keine Ahnung wo der andere ist. Ich geh wieder auf die andere Seite. Ich geh wieder. Mitte. Hab ihn. Ah, nice. Supi. Also hier der Spot hier, wo ich jetzt grad bin auch und die Zuschauer war. Früher als ich E-Sport CS Source gespielt hab, war das mein Spot hier quasi. Da hinten das Haus. Das Haus war mein Ding. Mein Revier. Dein Haus war. Da lass ich nicht mit mir spaßen. Auch wenn das jetzt Go ist und vieles sich verändert hat, aber. Come on, come on. Chop, chop. Das ist äh. Da hab ich auch mein erstes E-Sport Ace gemacht. Alle weggeholt oder wie? Ja, alle fünf. Nein, aber egal. Sogar im aller allerersten E-Sport Match. Ach was. Hier wieder Haus. Wieder Haus. Ah. Also waren. Sie könnten jetzt auch anders gehen. Bleib mal hinten in der Ecke bei der Kiste, wo ich vorhin war. Ich muss halt gucken, dass sie da nicht Mitte rushen, dass es nicht gedeckt ist. Ich muss ein bisschen hören, ob die halt lang gehen. Ja. Nehm ich nicht Zeit. Naja. Da wird jetzt irgendwann eine Flash oder so kommen. Ja. Bitte. Raus. Bombe liegt. Beim Balkon war glaube ich einer grad. Ja. Kann sein. Guck mal. Wir haben mal Verdacht Mermaid. Muss nachladen. Boah. Ich bin tot. Ich weiß nicht von wo. Ich weiß nicht von wo. Ja von lang. Heavy hab ich gesehen. Nein. Wow. Nice. Ich hab irgendwie Dreck an der Maus. Das Aiming grad ein bisschen verzogen. So. Okay. Ich geh direkt Haus oben rein. Ich hoffe sie rushen nicht Mitte. Ja. Ich bleib mal trotzdem. Äh. Rechts. Ja doch Mitte. Oh. Bei mir. Bei mir auch einer. Bei mir auch einer. Ich geh zurück. Oh fuck. Ich bin voll ins Feuer gelaufen. Ja. Ich hab für dich hier. Ich hab hinten bei dir. Der andere auch da bei dir. Bleib da defensiv. Einfach bleiben. Bleib ich. Weil ich könnte sein. Dass er jetzt wechselt. Ich hab ihn hier auf jeden Fall. Flash. Vorsicht. Wenn du was hörst sag ruhig Bescheid. Ja. Ich geh mal hier hoch. Auf Friedhof. Meint sich das glaube ich. Hat da nie einen Namen für. Wollen wir mal. Ja Friedhof. Tatsächlich. Ah ja nice. Ah doch Haus. Haus Haus Haus. Aber bleib defensiv. Bleib defensiv. Er muss kommen. Das war das schlecht von mir. Hm. Da sieht er dich aber. Guck schon auf den Balkon. Wollte grad sagen. Genau. Wollte grad sagen. Es könnte sein. Dass er wieder runder gegangen ist. Ja. Haben ja gedacht. Ganz hinten rum. Ja. Deswegen war der Spot. Der Spot war genau richtig. War genau richtig. Äh. Wir gehen jetzt auf. Ne wir bleiben jetzt. Ist schon fertig. Ah ne ist schon fertig. Ist schon fertig. Ist schon fertig. Ich dachte. Es gibt jetzt noch ne Runde. Ne. Es war ein paar Sachen da. Das erste war ja wohl. Ein voller Headshot. Und du bist da eiskalt. Ne ne. War ganz gut. Mir ging es auch gut. Also es waren so paar Situationen. Da war das Timing echt so. Wo ich auch so ein paar Mal gedacht. Boah. Hätte ich mich jetzt da. Ein bisschen mehr konzentriert. Hätte ich es geschafft. Äh. Da kann ich immer. Von dir permanent mit deinem vier. Zwei Schüsse bekommen. Und ich war tot. Oder einen. Weil Headshot war. Was willst du dich denn noch mehr konzentrieren. 0,5 Schüsse brauchen. Ja du hast. Du hast schon mich paar Mal gekillt. Wo. Wenn es ein bisschen anders läuft. Je nachdem. Ich dich. Aber ist egal. Alles gut. Es war jetzt nicht böse gemeint. Nein nein nein. Ich muss auch sagen. Ich habe Fabi einmal richtig zur Sau gemacht. Weil wir eine Runde richtig unnötig verloren haben. Ah. Hab ich ihn blockiert. Ja. Und. Aber wie gesagt. Nicht böse gemeint. Aber wie gesagt. Fabi einfach. So dieses Gefühl bekommen. Wann gehe ich offensiv. Und wann bleibe ich defensiv. Ich glaube das brauchst du noch so ein bisschen in CS. Ja das ist. Ja. Das brauche ich absolut noch in CS. Weil das ist auch wirklich. Also. Das kann ich auch auf andere. Das was ich aus CS gelernt habe. Dieses. Defensiv und offensiv. Wann man was macht. Kann man in anderen Spielen fast gar nicht brauchen. Genauso aber wiederum umgekehrt nicht so. Also das ist so. Das ist schon ein eigenes CS Spiel. Weil. Ne. Manchmal ist es halt echt so. Der Gegner. Oder dein. Dein Kamerad wird attackiert. Also musst du entweder auch direkt dazu rushen. Dass du das Kreuzfeuer machst. Oder manchmal ist es so eine aussichtslose Situation. Da musst du einfach defensiv bleiben. Ja. Oder halt eben genauso das als T. Als T musst du einen Überraschungsmoment nutzen am Anfang. Schnell sein manchmal. Dann aber wenn du in der positiven Lage bist die Bombe zu legen. Oder du hast dich schon gelegt. Dann ist es in der Regel nicht schlau offensiv zu gehen. Sondern dann musst du dich zurückziehen und den CT kommen lassen. Und dann dich quasi mit Kreuz. Also Kreuzfeuer ist halt einfach das A und O. Wenn du das immer hinbekommst als Zweierteam. Hast du einfach immer die besten Chancen. Und ja. Das muss man halt versuchen immer hinzubekommen. Und dann hast du die besten Chancen. Sondern dann kannst du auch deutlich schlechter sein im Aiming. Hier auf der Map war das halt als T eigentlich so gut wie unmöglich. Hier ein Kreuzfeuer aufzubauen. Ihr habt das am Anfang, wo ihr sehr viel gerusht seid, schon gut gemacht. Weil Fabian und ich waren noch gar nicht richtig aufgestellt. Das war schon dann schwierig für uns. Ähm. Aber wir sind dann leider durch manche Headshots ein bisschen aufgehalten worden. Ja, frech halt. Was diese Headshots immer sollen, ja. Ja, egal. Okay. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wie gesagt, nächstes Mal gucken wir mal. Vielleicht ist auch Lena mal wieder dabei. Die hat jetzt die letzten Male keine Zeit gehabt. Ähm. Und wie gesagt, vielleicht machen wir auch mal das mit CS. Also mit den CS-Maps. Mit den Geisel-Maps. Und dann vielleicht mit 3 gegen 3 oder so mal gucken. Äh. Können wir jetzt noch nicht versprechen. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wenn's euch gefallen hat, Däumchen oben nicht vergessen. Wir sind raus aus dieser Stelle. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.